Wer Platz benötigt, der findet ihn bei Boxen. Das Selfstore-Projekt in Wöllersdorf ermöglicht den Kunden, Lagercontainer zur Eigenlagerung am gesicherten Logistikareal der Kombi-Cargo-Spedition zu mieten. Wenn zu Hause oder während eines Umzuges zu wenig Platz besteht, können Sie hier Ihr Hab und Gut den fabriksneuen, wind- und wasserfesten Containern bequem und anonym aufbewahren. Auch als Garage für Ihr Auto oder Motorrad eignen sich die Mietboxen bestens. Auf Wunsch wird eine komplette Infrastruktur inklusive Sanitärräumen bereitgestellt. Das gesamte Lagerareal ist videoüberwacht und nur mittels Zutrittschip befahrbar. Ein erfahrenes und gut geschultes Team betreut Sie ganzjährig und rund um die Uhr. Zusätzlich ist ein engagiertes und verlässliches Lagerpersonal stets am Containergelände präsent. Mit diesen zahlreichen Leistungen erfüllt das innovative Unternehmen Box-In jederzeit sein Motto Bequem mit Drive-In. Weitere Details erfahren Sie auf www.box-in.at